So und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Update Woche, denn heute sind die drei neuen EVs gekommen. Einmal der Fuchs, der hier hinten steht. Einmal der Schwarz, also so ein Rappen mit den braunen Färbungen. Und der Apfelschimmel ist draußen. Und noch was. In der Reithalle ist auch was Neues. Da gehen wir was dahin. Denn wenn wir jetzt mit Club und mit Freunden zusammen in der Gruppe quasi in die Reithalle gehen und wollen unser Ausritt machen oder Dressi oder quasi ein Reitunterricht spielen, wie viele vielleicht gerne mal mögen, so Dressurübungen, dann kann man natürlich die Spieler auch so ausschalten. Das finde ich echt geile und gute Idee von Stars selber. Ich kann euch mal jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt zeigen kann oder wenn ihr auch alleine, ich glaube, es geht auch, wenn ihr alleine seid, genau, wenn ihr auch alleine seid, dann könnt ihr die Spieler auch ausschalten, dann können die ganz alleine, ähm, Dressi üben, ähm, einfach ungestört einfach, ähm, eure Sachen machen. Denn wenn ihr in Reithalle seid, dann, dann ist es, ähm, ähm, warte, dann muss ich wieder mein Interface öffnen. Genau, hier ist so ein Auge, so ein Äuglein. Das müsst ihr einfach, dann, dann könnt ihr ausruhen, ob alle ein Anzeigen oder nur den Clubleiter oder also Clubmitglieder zum Beispiel. Jetzt sind nur Clubmitglieder sichtbar. Das heißt, jetzt, ähm, jetzt, ähm, kann ich nur Clubmitglieder sehen und andere sind ausgeschaltet. Und so kann man ganz unbestört seine Dressur machen, äh, seine Übungen machen und so weiter und so fort. Das können wir jetzt machen. Das, diese Funktion finde ich echt, echt, echt super, finde ich. Denn so viele, weil so viele haben so beschwert, ähm, oh man ey, warum seid ihr im Weg? Könnt ihr bitte rausgehen? Und so viele haben sich beschwert. Und jetzt habt, habt es da selber auch die, ähm, 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 Funktion, dass man jetzt, ähm, quasi alle, alle, ähm, ähm, halt, ähm, ausschalten kann. Zum Beispiel, dass ihr nur euren Club sieht oder, oder nur eure Gruppe. Das heißt, guckt, ist es, äh, reingekommen. Jetzt sehe ich die gar nicht. Jetzt sehe ich die überhaupt nicht, weil ich nur meine Club sehe. Und wenn ich wieder alle sehen möchte, dann auf alle. Und dann sehe ich zum Beispiel die Spielerinnen. Hier wieder. Also dann, ähm, ich hoffe, dieses Update hat euch gefallen. Ich muss mein Pferd pflegen, ihr seht. Äh, ich hab gestern nicht gepflegt. Und ich werde jetzt eine Pferde-Kauf-Video machen. Aber ich hoffe, dieses Update, äh, Video hat euch gefallen. Und ihr seid froh darüber, dass ihr jetzt endlich in Ruhe euer Dressi machen könnt. Euer Dressur, eure Sachen, was ihr in Rheinhalle macht, lügt, oder was auch immer. Also dann sage ich jetzt immer, danke fürs Zuschauen. Und jetzt gleich kommt jetzt, ähm, nämlich, ähm, ein Pferde-Kauf-Video. Also dann, macht's gut. Tschüss. Outro